Und wie findet ihr die Crepes? Lecker! Große Begeisterung bei den Kids hier an der Meisterschule, einer Frankfurter Förderschule im Stadtteil Sindling. Es gibt richtig leckeren Crepes und das in der Schule. Die beste Pause, die ich je hatte, sagt mir ein Junge. Hintergrund ist eine Spendenaktion vom Klamottenlabel Frankfurt Kind und dem Verein Mein Lichtblick. In den letzten Monaten wurde da gesammelt, damit dieser Herzenswunsch so erfüllt werden kann. Ein Crepe-Wagen in der Schule. Untertitelung des ZDF für funk, 2017